Werkzeug. Was nennen wir denn da? Oh yeah! Aufpassen, aufpassen jetzt, aufpassen! Ein Flex, ja genau! So, dann schauen wir mal wie das ausschaut. Ah, das geht ja nicht schlecht. So müssen wir es machen. Genau, mit dem haben wir den Ofen auch gemacht, stimmt. So, let's start it! Das ist ja nicht die beste Kamera, das zweite Teil, überhaupt nicht. Oha! Okay. Ah, das ist die Anzahl. Okay. Dreimal Dürr Warrior Ipa, 0,33 Liter Flasche. Wackenbrauerei, denn da steht eh überall dabei. Was? Was? Ein Crafty Loki, Nordic Pale Ale haben wir. Mjölnir Nordic Lager, 33er Flaschen. Ulru, Julbock. Hymir Giant Stout und Heimdiles Willkomm Bier mit Mischgetränk. Wow! Geil! Dann kannst du mir da rufen, das ist wahr! Aber das ist das Geilste! Danke für deinen Einkauf! Und noch Fleischgras. Hier haben wir uns nachher rein. Mit Hingabe arbeiten wir an der Perfektionierung unseres Produktes sowie unseres Servicers. Einladen und bewerten ist eh klar. Bümir Giant Scout Bier haben wir da. 8,5 Prozent. Ja, da wohl. www.wacken.beer, geil. Also mal Hymir Giant Scout haben wir. Ich glaube das sind eh drei gewesen, oder? Wir sind ja wieder ausgeholt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulru, Julbock. 6,5 Prozent. Unser Julbock ist die passende Antwort auf den nahenden Winter und die kommende Festzeit. Das ist www.wacken.beer. Also Bier auf Englisch. Die Covers und die Klassen schauen sehr, sehr geil aus. Der ist sehr geil. Warrior Ipa. 8,3 Prozent. Ah, das ist ein Gott Tür. Ist der Gott des Kampfes. Ja, die schauen so geil aus. 10 Umdrehungen, geil. 1, 2, 3. Crafty Loki Nordic Pale Ale. Das ist das einzige normale mit 5,7 Prozent. Schaut auch geil aus. Sehr geil. Cool. Mjölnir Nordic Lager. 5,3. Untergäriges, hammergeiles Kreativbier. Ja, passt. Also von dir jetzt nicht Nussi, nur das letzte Pro-Spur. Schaut gar geil aus. Also die Plaketten seien sehr, sehr geil. Heimdiles Willkommen. Trunk aus Bier und Mäh. Geil. Das schaut auch gut aus. Kling da Nussi. Das ist mein Flaschenöffner. Den habe ich immer am Mann. Sehr cool. Tausend Dank Nussi. Wir werden es davor durchkosten. Okay, das sind immer 3,3,3 aufgeteilt. Sehr geil. Gefällt mir. Na, der Ring hat schon tausende Flaschen auch gemacht. Seitdem ich ihn habe. Und den habe ich jetzt schon 13 Jahre. 100% Bier. Sehr gut. Wetter statt Messerring, Mauervorsprung. Geht alles. Eine Flasche mit Flasche geht. Ich muss aber auch ein Coke haben sein. Ja, cool. Weil ich denke, das ist nämlich auch geil. Die Kisten selber. Jetzt stelle ich sie gerade wieder. Aber das hat man eh ein Foto gesehen bei Facebook. Bei mir ist's gut. Für mich war die Kirche. Aber das ist gleich großartig. Ich bin zu ihm. Sehr gut. Ich bin zu ihm. Ich bin zu ihm. Ich bin zu ihm. Vielen Dank.